Ja Sally, was lehrst du eigentlich? Ja, steinbinkauer, was sonst. Was ist denn das? Komm, zeigst du dir. Hier sieht man die Herstellung des Modells. Und hier übertragende Steine. Macht ihr auch Schriften? Steine, klar. Gravieren ist ein grosser Teil unserer Arbeit. Und mit Maschinen kennen wir so. Gartengestaltung, das ist auch unser Fachgebiet. Für unseren Beruf braucht es ganz viel Kreativität.